Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Astralwerkstatt. Kann ich irgendwas? Kann ich irgendwie? Ja, guck mal, machen wir den Lader auch nochmal. Machen wir den Lader noch einmal. Wunderbar, ist der auch fertig. Fehlen nur noch die beiden anderen Waffen. Mach auf! Bin da. Ganz entspannt durchgehuscht. So. Mach ich schon mal auf hier. Und das nehm ich mit. Ranger, bist du da am Start? Jawollo. Ach du Heilige. Oh, Chaos. Vor allem lautes Chaos. Fucking lautes Chaos. Ich brauch noch einen Ruhm. Kildschirm. Ich weiß schon mal. Kopf zu посмотрим. flexes Reich. Schönen noch. Hochsch. Wo ist das? da ist jemand mit ganz viel blockier mich doch nur so war es das wir entspannen ein bisschen entspannen mein freund hier durch die wand durch geschadet er ist gut ich habe es in guter trolle energie schub war das aber jetzt hier hier war was los meine güte ja ist in ordnung jetzt brauchst du nicht mehr schreien ich liebe das durch das glas noch einfach so den ganzen tag könnte ich einfach so zack 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 ganz auch gucken ob hier irgendwas noch gibt schönes scheint nicht der fall zu sein der ranger der ist aber auch stark weil dann muss ich jetzt erstmal auch mal gucken wo ich überhaupt hin muss aber was ist mein ziel da ist mein ziel ne oh eklige lampe aber hier ist mein ziel auf jeden fall Toilette da ist auch einer vorhin gewesen keine ahnung was hier abgeht jetzt gerade es ist einfach nur für die kiste oh und für das ding wo ist es ist es besiegt was ist das denn ich verstehe es nicht ich verstehe das nicht wofür das jetzt hier ist gerade da war doch gerade so ein vieh und das vieh das habe ich doch noch niemals mit einem plach jetzt gekillt oder aber wenn ich da hinkomme dann falle ich runter dann bin ich bin mal weg das war ganz ganz blöd oh junge 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 weg tja irgendwas ist doch dann da da kann ich mich nirgendwo da kann ich mich nirgendwo oh oh was machst du denn was machst du hm ja das war nix hab ich schlecht geträumt aber ich komme da auch nicht rein also ich kann da auch nichts mit machen oder halte ich mich hier auf und in möglichkeit bringt mir das gar nichts so die ist auch geschichte an die tür aber das komische ist halt dass er mir das anzeigt hier wenn ich so mache oder sollte ich da eine toilette rein kloppen ich habe nur keine toilette mehr aber ich habe drei steile ach das bringt nichts das bringt gar nichts was haben wir hier auch wieder sowas ne hier ist alles in ordnung ach warte ich bin drin ok muss ich hin drüge nein warum fliegen die hier war schade ja was haben wir hier drin die nehme ich danke sonst noch was ich teste nein und die anderen beiden türen das sind wieder die Toiletten ja alles in ordnung habe ich geklärt ja da werde ich ja nie dran kommen da darf ich der feuerlöscher ei das tat weh bitte keine gegner bitte er kontrollpunkte oder sowas bitte ja ja gut 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 oh ne hier komme ich auch nicht rein oder kann ich mich da so durchbacken shit ich habe die berechtigung ja auch mit deinem nöt ich habe volle power volle berechtigung so erste tür ist offen hier haben wir ein tonband abspielen amerika kiste me 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 ja ja will ich das überhaupt zack ich gehe hier rein ultra item oh oh der nächste kampf kamera man ach hier geht es ich dachte schon was machen die das denn so dunkel das ist einfach schwarz was vertreibt da muss ein power block rein wo kriege ich ein power block her that's the question i have where da komme ich noch nicht rein mal gucken naja so öffnet der sich auch nicht ja schade hm ja aber was wollen die denn jetzt von mir da passiert ja gar nichts mit ich brauche ähm diese diese dinger hier die 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 power blöcke aber ich hole mir den doch niemals von unten wo kriege ich so einen power block her ich glaube die ganze maschine auseinander ist mir doch egal was denn da oben drin gar nichts gar nichts ganz toll bumm die tür kriege ich nicht auf warum auch immer das wird die ausgangstür sein aber ich habe sonst auch nichts hier also ich weiß dass es jetzt hier noch entlang geht ah kann das sein dass ich wirklich von der anderen seite aus dahin muss weil auf dem weg irgendwie die blöcke sind drei stück brauche ich ne zwei drei oder ist da sogar einer drin okay das bringt auch nichts ich weiß es nicht was ich machen soll ich kann jetzt nochmal zurück da war doch auch kein weg mehr oder in der abteilung ist auch keiner mehr ne ganz unten in dem bereich hier ja was wäre das gleiche wieder weil da komme ich ja noch gar nicht hin muss da durch oh ja ich habe auch sonst nirgends wo einen power block gesehen oder hier zeigt er mir irgendwas läufendes an ach das der ventilator mal weg hier außen weg so jetzt habe ich den nochmal gedrückt bringt mir das was jetzt die frage jetzt kann ich ihn doch jetzt kann ich wieder drücken ne der ist auch rot der hat auch keine energie okay ich versuche mal wirklich von der anderen seite dann dahin zu kommen ähm dafür muss ich aber wieder zurück zum kontroll zum knotenpunkt so und von da aus mal versuchen weil der weg führt ja genau dahin also auch dahin das ist ja komisch guck mal er da da hätte ich fast rein ich komme da gar nicht rein das wäre der weg gewesen wenn ich die andere fähigkeit hätte also muss es ja doch irgendwie da weiter gehen wo ich vorhin war Fundament Eingestützter schließe das Ritual ab na klar aber wo kriege ich die Blöcke her da ist das Basislager da habe ich jetzt auch alles freigeschaltet ich bekomme auf jeden Fall hier keine Karte mehr wenn ich das richtig gesehen habe hm aber ich weiß echt jetzt nicht was ich da machen soll der hat keine Power gerade ich soll die Power wieder herstellen womit stelle ich die Power wieder her was? Karen? was findet Karen? ach er quatscht immer noch ja lass ihn mal quatschen weil ist hier drunter was guck dir die Verarsche an achso nee ich dachte das wäre ein Block das ist gar kein Block das war einfach nur eine Kiste ach man oh jetzt kann ich hier wieder rufen ich ziehe weiter nach oben ja aber nicht wirklich weit also bringt mir das noch ich weiß echt nicht was ich machen soll also hier bringt mir nichts keine Power da hat sie jetzt noch niemand mehr Bock was zu zu sagen guck mal und da müsste ich irgendwie auch hinkommen weil da ist so ein gelbes Teil und das ist ja meistens dann wenn ich irgendwie da raus kann also da herumschweben könnte ja ja super Power Corner hey ich wär nicht mehr da musst du erstmal drauf kommen ja vor allem was mach ich mit den Teilen wenn ich da nirgendwo platzieren kann da rein ah der fällt dann da runter ah ja ok das ist jetzt so praktisch ne dass ich das abziehen kann äh bitte noch einen oh der fällt nicht das war doch nicht so praktisch er will gar nicht dann kann er mich doch mal so nochmal ausprobieren wunderbar hat das geklappt reicht das transportiert ok dann transportiert das mal und gib mir mal die restlichen Teile raus bitte kann ich da rein? ne schau ne hier komm ich auch nicht lang so Power ist da vor allem hab ich nochmal drei Blöcke sicher ist sicher weißt du nicht dass irgendwas kommt oder so da war auch nochmal ein Block so jetzt kommt das Ding nach unten und jetzt müsste ich hier unten auch nochmal öffnen können hoffe ich zumindestens oh oh ja klar ach immer noch die wo ist noch eins ist das ist das so ein unsichtbares Vieh? ja ist es die Frage ist wo ist es? oh wer ist denn hier explodiert? bitte gerückt zum Absender was möchten sie denn von mir? oh warte ich hab auch meinst du nur du kannst das? das ist genauso gut wie du so weg mit dir aus dem Weg mit dir so hier haben wir nichts ne? da kann ich nämlich hoch da kann ich nämlich hoch wupp und Frage ist warum da komm ich ach so wegen dem Büro ich komm da unten gar nicht weiter ne? das ist das Problem hör mal runter bitte ein Stückchen dankeschön reicht schon wunderbar bin oben bin da zwei Türen da kann ich schon mal die öffnen da komm ich wieder nicht dran äh äh sagt er warum haben wir hier einen Powerblock ach hier sind wir ach das war die Tür ok cool dann haben wir noch die Tür dann haben wir noch einen Aufzug der keinen Strom hat oder? aber ist ne Fahrschule das war ein bisschen übertrieben das hätte ich nicht gebraucht was was genau macht mir denn da jetzt Schaden? okay das ist nicht für mich aber ich kann den ja gar nicht so schnell kann ich die Kiste gar nicht öffnen ja siehste jetzt hing ich da leider jetzt war ich leider gefangen konnte so schnell konnte ich nicht loslassen ach blöd das ist ja unfair jetzt bin ich wieder hier na gut aber das habe ich ja schon aktiviert hier hä? jetzt kommen die hier wieder ne? aber vielleicht ignoriere ich einfach ist das dunkler als vorher? ach ne ich habe das Licht nicht angemacht hier aber was gibt es denn dann hier? dann gucke ich erstmal hier bevor ich dann gleich wieder irgendwie raufgehe was es denn hier schönes gibt einen Aufzug auch auch zum nutzen zack hä? okay ich kann aber hier auch hoch ja da vorne ging es ja auch gar nicht hoch ne? da geht es wahrscheinlich auch wieder raus obwohl da ist auch noch im Bereich oh hallo Kamera erstmal einmal auswählen anscheinend schon kann ich irgendwas machen? ich kann springen Zwift Plattform hm aber wenn ich bleib drauf ach hör auf ach hör auf wo ist mein da ist meine Plattform ach du heilige sowas muss ich jetzt hier machen bist du da? ich weiß es nicht oh 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 alles gut alles entspannt alles entspannt alles gut zeige mich entweder für das Richtige oh oh äh was macht sie denn jetzt? ok ok entspannt ok ist vielleicht doch sogar das besser ist vielleicht doch sogar das besser geh ich einfach doch schon mal rüber weil du bist ja eigentlich klar dass da etwas kommt oh das war nicht so toll hä? da hinten ist es ich komm doch gar nicht zu dem Teil mehr hin ach so da hinten ist es ich komm doch gar nicht zu dem Teil mehr hin ach so ich bin wieder auf meinem Ursprungsteil ich bin wieder auf meinem Ursprungsteil dann 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 ähm noch nicht es geht noch weiter Wunderbar. Hast du erwischt? Ja. Treff die Kamera. Ach, fahr. Schade. Es geht noch weiter. Runde 2. Warum macht sie das denn jetzt, neuerdings zu machen? Ah, ah, ah. Ei, das tat weh. Das muss ihn ja auch voll weggeschallert haben. Oder besser gesagt, das hat ihn voll weggeschallert. Jetzt werden gleich wieder wahrscheinlich die roten Typen bekommen. Bösewicht der 3. Oh, die ist heiß. Hallo? Das ist ja voll unfair gewesen jetzt. Wer hätte denn damit rechnen können, dass die Typen genau auf dieses, ja, auf diesen Wagen auch aufspringen? Da hat keiner mit rechnen können. Verdammt nochmal. Verdammt Schweine. Oh, nee. Nicht schon wieder ganz von vorne, oder? Oh, nee. Oh, Kamera. Du bist ja richtig mies. Okay, aber das werden wir dann in der nächsten Folge nochmal versuchen. Also, bis dahin. Also, bis dahin.